Ich bin wieder da! Was? Du warst weg? Äh, ja. Mein Kanal Masterjam wurde letzte Woche vier Jahre alt und deshalb gibt es als ganz traditionsgemäß ein Best-Off vom letzten Jahr. Intro! Du bist entlassen! Wie kannst du es wagen, eine halbe Stunde ergehen zu wollen? Zum Beispiel denke ich da an Chefs, die die Mitarbeiter einfach nicht bezahlen. Hahahaha! Haben wir eigentlich noch einen gescheiten Weltrekord? Ich hab meinen Text vergessen. Ja, haben wir. Haben wir eigentlich noch einen gescheiten Weltrekord? Oh ja! Oh ja! Nein, das ist wirklich! Mach nochmal, mach nochmal! Er ist nämlich Erfinder des schnellsten und fahrbaren Esstischs. Gab es denn nicht auch dieses eine fahrbare Klo? Ja, guck mal, die wir beim Wetter machen könnten. Über 33% der Menschen sind mit ihrem Unternehmen nicht zufrieden. Das stimmt ja gar nicht! Wie würde dein Heiratsantrag an Tens aussehen? Hey Tens, willst du mich? Erektion in einer engen Jeans. Ja, das ist wirklich sehr ätzend. Aber muss ich mir das auch von Leuten sagen lassen, die von Mami und Papi noch alles gemacht bekommen und in ihrem Leben noch nie gearbeitet haben? Moment! Ich bin Laktoseintolerant. Was sagen deine Eltern zu deinen Videos? Nein, das gibt's nicht! Das ist doch nie mein Sohn! Das ist doch nie mein Sohn! Scheiße, alles! Nicht angrengend. Wow! Heil! Nein! Zurück! Meine Beine nicht mehr! Auch YouTube ist, oder wie man sowas eigentlich nennt. Weil sind wir Helden, doch mal Liebe! Angeklagt wegen Hochverrat! Hey! Wir sind ja auf dem Video, ey! BullshitTV! Ist mega! Ich brauche Freunde! Crash mir hier nicht die Szene, Alter! Umarmung! Das hier ist Can und Tens. Und das hier sind ihre Fans. Wir schreiten uns! Wir fragen uns! Alles, weil wir heute sind! Danke! Danke schön! Ja! Wow! Wir sind stark wie deutsche Eichen! Ich kann selbst einen Blitz nicht spalten! Wenn das hier kommt, wenn wir zuerst gehen, wenn wir zuerst gehen! Wenn das hier kommt, wenn wir zuerst gehen! Ich bin falsch! Ich bin falsch! Ich bin falsch! Pogonophobie ist die Angst vor Bärten! Schön, dich zu sehen! Okay! Michi, du Schwanz! Das ist nur für dich! Micha, wenn du das benutzt, bring ich dich um! Und auch sonst lebe ich gefährlich! Ich bin gehörlisch! Habe ich gerade nur deinen Furz in die Fresse bekommen? Was ist das? Größte Pornosammlung? Größte Pornosammlung! Ob das noch YouTube ist, oder wie man sowas eigentlich nimmt! Hey, Meister Marmelade! Wie lange dauert es noch? Okay! Master Jam und Shorty von Apple Wow Pictures! Was geht ab? Video Game, mach mal krass! Wir sind Helden, wir sind Diebe! Angeklagt wegen Hochfahrer An einer Idee, die seit Jahren schon sind! Mal sind wir Helden und mal Tiere! Je nachdem wir winzig sind! Aussehen! Jo, läuft bei mir! Ich habe Schlafplatz gefunden! Und aus! Ja! Siehst du, war doch gar nicht so schwer! Falsch! Vollkommen falsch! Es geht um Liebe! Es geht um Hingabe! Fuuuuck! Zahnfleisch bluten! Denn jeder dritte Mensch hat Zahnfleisch bluten! Wer ist Schmucki? Kann ich meine Schmucki sein? Hier ist ein Schmucki! Wir sind Schmucki! Hier ist ein Schmucki! See, top! Wer ist Schmutzki? Wer ist Schmutzki? Danke! Musik Jo, frohes neues Jahr erstmal an euch. Ich hoffe ihr hattet eine schöne Weihnachts- und Silvesterzeit. 4 Jahre mache ich mich jetzt schon für euch auf diesem Kanal zum Affen. Und auch dieses Jahr habe ich mir wieder ganz, ganz, ganz viel vorgenommen. Mein Vorsatz für 2016 ist es, strukturierter zu arbeiten. Sprich, dass ich mehr schaffe, aber trotzdem mehr Freizeit habe. Ob das klappt, werde ich sehen. Was haltet ihr von solchen Jahresvorsätzen und habt ihr euch welche genommen? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin mal gespannt das zu lesen. Ansonsten bis Freitag wie gewohnt bei Lustige Witze. Haut raus! Was? Du warst weg? Warum wäre das eigentlich Master Jam? Egal. Und wer hält eigentlich die Kamera? Fuuuck. Bleu-bleu-bleu-bleu! Bin mal ein bisschen was aes! Bei- Energi! Auf cũng dich!